War das nicht so, dass die Nosterra Forza-Abonnenten Anna auf ihr Geschlecht reduziert haben und gesagt haben, sie soll entweder Schmink-Tutorials oder Pornografie machen? Ich glaube, nach der Aktion soll sich kein Schmink-Tutorial mehr machen. Du musst mal das Augen-Make-Up betonen, danke. Und los geht's, hast du wirklich sehr hübsch gemacht.